Hätten Sie gerne ein professionelles Überwachungssystem? So eins, wie man das aus den Filmen von den Stars und Sternchen kennt, dass überall Kameras sind und man das alles so von zu Hause am Monitor, am besten am Fernsehmonitor oder im Büro an dem Monitor, alles so sehen kann, was da gerade los ist auf den unterschiedlichen Kameras. Und wenn dann irgendwo eine Bewegung plötzlich ist, wenn da wirklich mal jemand ist, dass man das dann auch gleich sehen kann und gleich eine Benachrichtigung bekommt. So ein professionelles Überwachungssystem, das hätten Sie gerne, das bekommen Sie jetzt hier von uns. Aber nicht für viele tausend Euro, nein, zum ganz kleinen Preis und Sie können es auch noch innerhalb von kürzester Zeit selber installieren. Das ist eine Sensation, Nutz wird es Ihnen zeigen und dann heißt es ganz schnell ran ans Telefon, weil so einfach geht Überwachung. Ja, so einfach geht Überwachung und vor allen Dingen gleich sehen Sie auch den Preis, so günstig geht Überwachung. Das kann ich bis heute nicht begreifen, und das ist ein so professionelles Überwachungssystem bei uns zu einem solchen Mega-Preis gibt. Das ist unfassbar, weil Sie bekommen vier von diesen Kameras. Damit geht es schon mal los, die Sie gerade gesehen haben. Schauen wir uns gleich auch noch mal näher an. So, und diese vier Kameras, die verbinden, was heißt verbinden, das ist ja schon falsch, die haben eine Funkübertragung bis 250 Meter. Das heißt, Sie müssen da gar kein Kabel mehr legen. Alles per Funk. 250 Meter Reichweite, das muss man sich ja vorstellen. Was für ein Riesengrundstück das ist in jede Richtung. Ja, also quasi 500 Meter mal 500 Meter hier. Sensationell und damit, wie gesagt, ein professionelles System. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist die vier Kameras einmal irgendwo anschrauben, wo Sie sagen, den Bereich hätte ich gerne überwacht. Also klassisch vorne, hinten, links, rechts oder Treppenabgang oder Garage oder Hintereingang. Oder vielleicht haben Sie da so ein Küchenfenster, wo Sie sagen, ah, ich weiß, das ist ein bisschen so ein neuralgischer Punkt. Könnte jemand, wenn man wüsste, wie oder so. Und die sind ja fix, die Jungs, und die verstehen was leider von ihrem Job, die langen Finger. Ja, da packen Sie dann sowas hin. Also wie gesagt, so sehen die Kameras aus. Vier davon gehören mit zum Lieferumfang. Und noch weit mehr, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Hier vorne möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen. Diese drei Punkte, die Sie hier sehen, LEDs, das sind Infrarot-LEDs, aber nicht irgendwelche. Das sind hochleistungsprofessionelle Infrarot-LEDs, die eine Nachtsicht bis zu, festhalten, 25 Metern ermöglichen, 25 Metern Nachtsicht. Das können Sie ja mal auch abmessen. Das ist eine sensationelle Strecke, Nachtsicht, ein professionelles System. Und das Ganze, IP65, wetterfest, robustes Metallgehäuse. Also die hängt man einmal raus hier hinten. Da sieht man es übrigens. Das sind die entsprechenden Bohrlöcher. Dreimal anbohren, sagen wir mal fünf Minuten pro Kamera. Macht 20 Minuten insgesamt. Einmal das Ganze ans Stromnetz angesteckt. Und das war es schon. Nach 20 Minuten haben Sie das installiert. Der Rest wird, wie gesagt, per Funk erledigt. Das ist doch schon mal sensationell. So, jetzt haben wir natürlich auch einen Bewegungssensor hier vorne mit drin. Das heißt, wenn eine von den vier Kameras eine Bewegung erkennt und sei es auch nur so ein Hauch, dann werden automatisch alle vier Kameras aktiv. Und dann bekommen Sie natürlich auch eine Benachrichtigung. Jetzt sehen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Weil das ist jetzt so clever gemacht, dass man es sowohl zu Hause am heimischen Fernseher sich anschauen kann. Also zum Beispiel, hier haben wir das jetzt mal vorbereitet. Aber wir haben das Ganze hier jetzt per HDMI verkabelt. Da hinten an dieser Basisstation, da gibt es natürlich auch für VGA noch einen Ausgang. Das heißt, wenn Sie sagen, ich will es für das Büro oder Gewerbe nutzen, auch das geht. An den Computermonitor anschließen, identisches Bild. So, hier sehen wir jetzt unsere vier Kameras. Live und in Echtzeit. Wir sehen hier unten, wie Kati gerade winkt. Und das Ganze natürlich, weil es ja ein professionelles System ist, klicke ich jetzt einfach mal doppelt drauf. Und dann sehen wir, HD-Qualität, gestochen scharf. Wir zählen hier die Löckchen und die Blümchen auf ihrem Kleid. Ein gestochen scharfes Bild. Natürlich auch mit Datum und Uhrzeit und allem drum und dran. Jetzt gehe ich einmal wieder kurz zurück. So, folgende Situation, die Kati gerade schon mal kurz beschrieben hat. Sie sitzen bei sich zu Hause, gucken Fernsehen, vielleicht noch gerade irgendwas Spannendes. So, dann hören Sie dieses Geräusch. Da, genau so eine Situation hier. Oh Gott, was war das denn hier? Ja, man geht natürlich nicht raus, weil es könnten ja wirklich die bösen Buben sein. Da holt man sich nur eine blutige Nase oder Schlimmeres. Lassen Sie das bitte auf jeden Fall. Da will er aber nicht gleich die Polizei anrufen und sich blamieren, weil es nur Nachbars Katze war im Mülleimer oder so. Also, gucken Sie jetzt nach. Und das ganz einfach. Sie nehmen die Fernbedienung Ihres Fernsehers. Schalten mit einem Tastendruck um auf den HDMI-Kanal, wo Sie unsere Basis hier angeschlossen haben. Und dann sehen Sie alle vier Kameras gleichzeitig. Wie gesagt, auch nachts, 25 Meter Nachtsicht. Sie können da draufklicken, Großansicht, alles sich in Ruhe anschauen und sagen, ah, okay, das war nur der Wind. Ist irgendwas mit einem Blumenkübel umgefallen oder, oder, oder. Kann ja viel sein, dann ist man beruhigt. Oder eben halt im schlimmsten Fall, toi, 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 wirklich die Polizei ganz schnell anrufen. Oder eben halt sich einfach zurücklehnen, wieder zurück zum Fernsehprogramm umschalten mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers. Und zack, geht dann auch schon der Tatort oder was es jetzt auch sei weiter. Finde ich genial. So, jetzt komme ich noch so ein bisschen auf diese Basisstation zu sprechen, die wir auch gerade hier nochmal im Bild gesehen haben. Die gehört natürlich auch mit zum Lieferumfang. Vier Kameras, Basisstation, Maus. Gehört auch mit dazu. So, Basisstation, hier sehen wir auch nochmal die beiden Antennen. Die stellen Sie einfach, wie hier zum Beispiel, vor, unter, über, neben Ihren Fernseher. So, das Clevere daran ist, Sie müssen sich das jetzt vorstellen wie einen leistungsstarken kleinen Computer. Da können Sie nämlich, wenn Sie wollen, eine Festplatte einbauen, wie in Ihren Computer. Und wenn die Festplatte drin ist, bis zu vier Terabyte übrigens, also das sind mehr als 4000 Gigabyte, gigantische Mengen. Sie können natürlich auch kleinere, aber wie gesagt, bis zu vier Terabyte, dann wird natürlich auch gleich die Aufnahme gestartet. Sobald eine Bewegung erkannt wird, startet hier die Aufnahme. Und das ist natürlich dann auch ganz wichtig, wenn man tatsächlich mal den Fall des Falles haben sollte und die Versicherung sagt, ja, wie, das Auto ist weg. Ja, das können Sie ja auch verkauft haben. Oder, ach, bei Ihnen wurde Schmuck gestohlen. Oh ja, natürlich, ja. Wie denn bitte? Ja, dann können Sie das nachweisen mit Datum, mit Uhrzeit, mit allem drum und dran. Und das ist natürlich dann Gold wert für den Fall, dass man sagt, naja, die Versicherung will nicht zahlen, bitte sehr, hier habe ich das Verweismaterial. Und es gibt natürlich sehr viel mehr. Sie können weltweit darauf zugreifen, entweder per App kostenlos für Android oder iOS oder einfach per Browser, per Internet. Sie können die Aufnahmen auch ein Backup machen für Monate und Jahre. Wie gesagt, gewerblicher Bereich ist das ja manchmal auch ein Punkt, weil es ist ja eine professionelle Anlage hier. Und das Ganze super leicht installiert. Das machen Sie selbst, wie gesagt, 20 Minuten voranschlage ich mal. Lass es eine halbe Stunde sein, mein Gott. So, und das jetzt zu einem Hamburger Preis. Schauen Sie sich das mal an. Das ist unfassbar. So viel Technik für so einen kleinen Preis. 189,91 Euro. Das ist Ihr TV-Sonderpreis. Sie sparen ja noch mal gegenüber dem Katalog. Sie haben es gesehen. Sie kriegen ja den TV-Sonderpreis. Die Installation super einfach. Ein professionelles System für 189,91 Euro. Bitte ganz schnell zugreifen. Sie möchten doch die Sicherheit haben. Sie möchten, dass bei Ihnen immer alles überwacht ist. Dass Sie auch so ein gutes Gefühl im Bauch haben. Sie wissen, da ist immer alles in Ordnung. Dass man da einfach immer auch diese Ruhe irgendwo hat. Dass bei einem da nichts passiert. Und hier holt man sich für 189,91 Euro ein professionelles System mit vier Kameras. Das man innerhalb von kürzester Zeit selber installieren kann. Ganz, ganz leicht. Die NX43-69569, Ihre Bestellnummer. Und dann immer sicher sein.